Ah... Ich nehme mal einen von ihm weiterhin. Okay, also... Wer ist der Kling? Teddy ist red! Ist Teddy der Kling? Wir sind bereits vom Gepot. Ich, der König, commande dich, schmooch' den König, ohne Verlust! Schmooch! Schmooch? Bitte, Gott, griff mir an! Nummer 1! Nein! Das sind wir! Oh Gott! Ja, Chihei wird uns den Kopf abreißen, glaube ich. Oh, nee! Kein Glück gehabt. Wirklich nicht. Ich trau mich irgendwie gar nicht weiterzudrücken. Das kann nur in einer Katastrophe enden. Ich bin Nummer 1! Ich bin Nummer 2! Sensei... Teddy... Ich bin Nummer 3! 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 Und, es ist eine kleine Katastrophe. Ihr könnt auch in deinem Me bullish und winnen mit ihm gewinnen. Aber du musst uns dann besser in deinen N Kurzweg gewinnen lassen. Trommelwirbel Sitz auf seinem Arm! Ja, das könnte lustig sein! Oder vielleicht einen Spohn! Gute Idee! Pagg-Backs sind auch lustig! Schau mich jetzt! Wer ist der King? Pfff, jemand decent. Keine verrückten Orte. Das ist nicht so, wie es geht. Wenn der letzte King eine Schmooch hat, dann wird die nächste Orte mehr extrem sein! Es wird mehr extrem sein! G.A., nicht so ein Party-Poofer! Hey! Die Person, die gekauft werden, sollte sich die Hände auf dem King sein. Das ist extremer als ein Kuss! Das ist extremer als ein Kuss! Naja, mach ihn noch auf dem Kuss! Das ist auch nicht extremer als ein Kuss! Oh! Oder sie können ihn haben! Ich muss ihn auf dem Kuss! Das ist auch nicht... äh... More extreme! Wie sie es so schön ausgedrückt haben. Better than that... A Piggyback-Ride! Das ist eher nur peinlich! Aber... Naja... Kommt drauf an, wie man es interpretiert! Ähm... Ja... Alle starren uns an! Was werden unsere Befehle? Was werden unsere Befehle? Nummer 1 auf... äh... Sitzt auf unserem Schoß... Ne, oder... Schl... Schläft auf unserem Schoß! Nummer 2 sitzt auf unserem Schoß! Nummer 3 umarmt uns! Nummer 4... Kriegt einen Huckelpack... Ritt! Ähm... Ja! Ich bin Nummer 1! Ja... Oh Gott! Äh... Äh... Ebermessie jetzt Chiei mal die Augen verbinden für eine Weile! Ja... Scheiße! Ja... Oh Gott, die kann ja kaum noch gehen! Was? Oh Mann! Du wirst nicht wissen, wie viel ich mit dir mit dir mitgegeben möchte! Ja... Ja... Ich muss Chiei zugestehen, sie bleibt erstaunlich ruhig! Hahaha... Senpai's Lapp ist so warm! Es fühlt sich so schön! Ich bin so glücklich! DUDE! Du kannst nicht auf alle 3 Element 1s! Ich kann, denn ich bin der König! Sie liegt da rum... Komplett relax... Ey! Hahaha... Me next! Me! Ich bin der König! Eigentlich... Die König... Äh... Ist sowas erlaubt? Ähm... Du hast nicht sogar einen Knopf geschaut! Ähm... Die Regeln! Oh Gott! Hm... Let's see... Ahaha... Naoto-kun! Ich wähle dich! Pokémon! Oh, er will uns was peiniges erzählen! Oh, er will uns was peiniges erzählen! Oh, er will uns nicht mehr zu tun! Oh! 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 Ja, echt, ey. Das ist unser Partypooper. Ja, das ist unser Partypooper. Als ob das jetzt zu erwarten war. Ich schaue, dass du vielleicht die falsche Person für das schauen möchtest. Das ist so schrecklich. Ist das nicht Hotogun schrecklich? Ich will nach Hause gehen. Das Gesicht. Oh, da pennt sie weg. Was geht dich das an? Oh, da pennt sie weg. Du weißt, du bist so gut an die Mood, dass es fast lustig ist. Okay. Well, we go rescuing people who've been kidnapped by jumping into the TV. Und dann machen wir Dinge wie Personas. Mit unseren Personas und mit den Schrauben aus den Schäden. Du Idiot! Ja. Die ist high. Ja. Die ist high. Du bist so inebriert. Das ist kein Alkohol. Was? Gut, Renato! Nein. Nein. Ich habe es festgestellt, als ich erst in der Zeit gekommen bin. Kein Alkohol hat hier seit einer Rache von drunken fahren. Letztes Jahr. Ja. Oh, weshalb sind die dann alle so besoffen? Haben die... Die haben irgendwas genommen. Huh? Das bedeutet, dass wir alle einfach aus der Atmosphäre trinken sind? Wer weiß. Ich fühle mich so gut. Auf Wiedersehen! Tschüss! Hey, Senpai! Wie in die Hölle werden wir zurück mit zwei drunken drunken? Tja, frag! Oh, das gibt mir einen großen Kopfschmerzen. Ist das so, was ein Hingover fühlt? Mann, Dude, du hast doch noch gar nichts intus. Du müsstest auch mal was trinken, Alter. Teddy ist noch völlig okay. Ja. Hey, lass uns trinken bis morgens. Ja! 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 Ja, das ist der Mann! Bring it on! Wie ich sagte, du hast nicht Alkohol trinken. Bist du ein Pack von Imbeciles? Bitte was? Dieser kleine Nervenbolzen hat echter Nerven, seinen Mund aufzumachen. Naja, so. Nach unserer rauschenden Party, ich liebe diese Szene einfach. Da gibt's noch ein paar andere Möglichkeiten, wenn man andere Sachen auswählt, die auch lustig sind, aber... Ja, machen wir weiter hier. Oh, Mann! Oh, Mann! Das ist wirklich etwas. Ach, du hast es gehört. Ach, du hast es gehört. Ich verstehe. Ich erinnere mich überhaupt nicht. Dann müsste ihr eine Videoaufnahme zeigen. Ah, dieser Flammer wird niemals verändern. Ich könnte hier nicht zu oft kommen, weil es hoch in Karbohydraten ist. Also, dass ich so viel, wie ich will, wie ein Traum essen kann, ist wie ein Traum. Hm, das ist lecker. Es hat einen interessanten Tast, der dich für mehr Hunger macht. Siehst du? Siehst du? Noch eine Karte, bitte. Hör die Nudeln hart. Ähm, ich werde den Hagakurie-Bowl haben. Der Hagakurie-Bowl ist jetzt ein normales Menü-Item? Ich sollte es gefragt haben. Äh, ja. Oh, well, das ist nur so gut. Was auch immer das ist. Hey, ist es okay, dass du so in der Öffentlichkeit bist? Natürlich, kein Problem. Siehst du die Anrufe? Meine Autografie sind da auch, aber der Kuck hat mir keinen zweiten Blick. Das ist nur so, wie es hier ist. Außerdem bin ich gar keine Make-up. Oh, du bist richtig. Es gibt viele Autografien auf dem Display. Siehst du, was ich denke? Der Grund, warum sie dich nicht bemerken, ist, dass dieses Bär aussteckt wie eine sore Hand. Oder das? Oder das? Ich denke, wenn er das hier übergebracht hat, muss er es nach Hause tragen. Ist es nicht alles steamy von der Ramen? Hä? Wo ist mein Kuck? Verschwunden. Teddy. Oh je. Oh je. Der Zorn der Frau. Ich weiß nicht. Wie viele haben Sie gegessen? Ich weiß nicht, wie es sich betrifft. Du kleine Lüge. Gib mir den Tscheche. Mal sehen. Ein, zwei, drei. Zehn Töne? Die Yuki-Chan macht einen 11! Ich wollte meinen zu Ende Ende... Da, da. Ich bin entschuldig, mich zu entfalten, aber es ist nahe zu den Nachmittag. Oh, schon? Ich dachte, die Reise würde ein Bord sein, aber jetzt, dass es vorbei ist, habe ich eigentlich eine gute Zeit gehabt. Hey, lass uns ein Souvenir an der Station kaufen. Ich hoffe, Nanakuchan wird einen erwarten. Das ist eine gute Idee, aber die Frage ist, was kaufen wir hier bloß? Ein Iwa Todai Shirt? Mocki? Mochi? Oder eine Lampe? Äh, ich habe keine Ahnung. Ich nehm mal Mochi. Okay, lass uns gehen. Komm mal, Teddy, wir sind weg. Ich hab keine Ahnung, ich werd auch langsam müde. Es ist echt spät, ey. Hey, Ted! Was ist denn mit Teddy los? Jetzt ist er schon wieder eingefroren. D-Dude! Hey, er ist nicht bewegt! Hä? Ist er hiberniert? Hey! Oh, ähm, ähm, nicht sag mir, äh, 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 es ist nicht, weil er in unserer Welt zu lange ist, ist es? Oh, Gott. Oh Gott! Oh Gott... Er, ähm, ähm, äh! Ja... Mein Geist ist schwer. Oh... Lass es hinter sich. JEP! Ich hasse dich zu viel. Ich kann nicht gehen. Niemand wird mich tragen. Ich muss nicht zu late für unser Rendevue sein. Bitte entschuldige mich. Ah, Yukiko! Warte für mich! Hey, ich kann wirklich nicht gehen. Und ich habe nicht das Geld für ein Rendevue? Auf Wiedersehen, Teddy. Wir werden dich hier verlassen, mit unseren Erinnerungen der Jugend. So, wir gehen alle zum Treffpunkt und dann geht's zurück nach Hause. So, wir haben den Ausflug sicher überstanden. Und hey, da sind wir wieder. Und haben ein Geschenk. Willkommen nach Hause. Habt ihr Spaß gemacht? Was? Nächstes Mal könntest du ja mitkommen. Ja, für sicher. Ähm, ich möchte auch auf Destiny C gehen. Da ist dieser Rollercoaster, der in das Wasser geht und... Oh Gott, Mann, sie ist ja voller Energie. Oh ja, wir haben ein Sourinho für Nanako gekauft. Wow, danke! Oh, es sieht so gut aus. Ich werde es jetzt essen. Ach so, es war was zu essen, okay? Ach, Reus. Ist das du, Jima? Oh, hi, Dad! Oh, ja. Ja. Oh, du bist zurück. Wir haben uns nur noch gefehlt, oder? Scheint wohl so. Schau, mein großer Junge hat mir ein Souvenir bekommen. Hey, schön. Habt ihr mich erinnern, um ihn zu bedanken? Ja. Natürlich. Weg ist er. Ich glaube, das kam aus deiner eigenen Tasche. Ah, ja, wir haben's... Wir haben's hingekriegt. By the way, if the first years went along with you, Naoto Shirogane must have been there, too. Ähm, nein, ich... Ich hab ihn nicht gesehen. Äh... Ah... Äh... Pff... Schätze schon. Vielleicht doch. Ein Jahr. Mein Gott, was macht ein Jahr aus? Ein Jahr, mein Gott, was macht ein Jahr aus? Ich soll Freund... mich mit ihm anfreunden? Ähm... Und ich soll jetzt ein Freund werden? Ich weiß nicht so recht. Äh, eher... Oh... Oh... You must be tired. Er ist irgendwie zu neugierig. Why don't you take a bath? Oh, but don't forget to take your stuff upstairs. Nanako? Kannst du das Bad getrennt? Das Bad? Na ja... So... Ein friedlicher Sonntagmorgen! Nichts ist... Nichts Besonderes passiert, während wir weg waren. Und was machen wir heute? Ähm... Ich geh erstmal speichern und denke hoffentlich bei der nächsten Session, nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin, dass ich noch bei dem Dingestar-Typen einkaufen kann. Ja! Ich finde diese Szene einfach klasse, da diese Party, die sie da feiern. Und ähm... Ja... Ist wirklich cool. So, damit werde ich mich jetzt erstmal verabschieden in den Urlaub. Ja... Nehmen wir eine kleine Pause. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch und sage wie immer, Tschüss bis zum nächsten Mal und Keep Gaming! Es bleibt spannend!